Hallo Leute! Hallo! Hallo, wie geht's? Sehr gut, danke. Und an Ihnen? Ich bin gut. Danke. Sehr gut. Hey, haben Sie gehört, dass Francisco geht in die USA? Nächste Woche. Wirklich? Ich habe das gehört. Ja. Das ist so schade. Sollen wir eine Party für ihr machen? Ja, ich glaube, es ist eine sehr gute Idee. Ja, auch. Ah, Maite! Vielleicht ich... Hallo, Maite! Hallo! Ich bin hier mit Pato und Alvaro. Kannst du... ihr hören? Nein... Hallo Leute! Ja, wir können... Okay, perfekt. Vielleicht wir können lauter sprechen. Ähm, es ist die lauteste. Perfekt, perfekt. Es ist okay. Okay. Hey, so... Wann möchten Sie diese Abschiedsparty machen? Am Freitag vielleicht? Welche Abschiedsparty? Hä? Welche Abschiedsparty? Welche? Welche? Ähm, Francisco geht zum USA, nach den USA. Oh, wie cool! Ja, und ähm, ich denke, wir können eine Abschiedsparty in meinem Haus am Freitag machen. Oh, das wäre sehr cool sein. Was denkt ihr? Vielleicht können wir eine Überraschungsparty machen. Ja, eine Überraschungsparty klingt gut. Ja, eine Überraschungsparty ist cool. Aber wo machen wir diese Party? Am Freitag? Ja, okay, am Freitag. Und wen sollen wir einladen? Ähm, ja, ich habe eine große Terrasse und wir können da die Party machen. Okay, perfekt. Und Maite, ähm, ich denke, wir können Franziskos Freunde und Familie einladen. Ja, das wäre super. Ja, und wir können die deutsche Unterricht auch einladen. Ja, und... Es ist sehr cool. Ja, wir können die ganze Daten einladen. Ja. Und Ennis auch. Ja. 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 Und was sollen wir trinken und essen? Ähm, äh, Cola vielleicht? Cola, Schmetzel, ja. Und Party Nuts? Ja. Ja. Haribo. Aber ich glaube, dass Franziskos gefällt Sora nicht so. Vielleicht wir können Apfelsaft kaufen. Okay, oder... Oder Orangensaft. Ja, Orangensaft. Wir können auch Steak trinken. Ja. Ähm, und für Abendessen vielleicht Pizza oder Schnitzel mit Pommes. Ja, das wäre okay. Schnitzel mit Pommes ist okay. Und werden wir einen Nachttisch haben? Ähm... Oder keinen? Vielleicht einen Kuchen? Ja, vielleicht, ähm, Apfelszügel. Ein Apfelszügel. Ja, das ist sehr lecker. Das ist sehr lecker. Ja. Ähm, und was noch? Wer kümmert sich um die Musik? Äh, ich kann eine Spotify Playlist spielen. Ah ja, okay. Ich habe eine sehr gute Playlist. Ah ja, die Playlist ist sehr gut. Sie sind nur mexikanische Lieder, oder? Ja, nur mexikanische Lieder. Wie Reggaeton und Cumbias. Ja, ich mag es. Das gefällt mir auch. Hey, aber was meint ihr, wenn wir ein Geschenk für Franziskus kauft? Ja, wir können was mexikanisches kaufen. Ja, was für mexikanisch, denkst du? Vielleicht Süßigkeiten? Oder vielleicht ein Fotoalbum. Fotoalbum? Ja, das ist sehr gut. Oder beides? Ja. Was meint ihr, wenn ich die Fotos auf Facebook suche? Ja, ja, ja. Ja, Alvaro, vielen Dank, das ist sehr gut. Ich kann es machen. Facebook und Instagram? Ja. Instagram auch. Ja. Und, ähm, Wer kann die Fotos ausdrücken? Ich kann es machen. Okay. Also, wir machen eine Abschiedsparty. Überraschungsabschiedsparty auch. Aha. Am Freitag, Abend, 8 Uhr. Genau. Ja. Dein Haus? Mein Haus. Ähm, wir einladen die deutsche Klasse, Franziskus Freunde und Familie, vielleicht, ähm, seine Geschwister. Okay. Ja. Und ich, ich kaufe die Essen und die Trinken. Die Schnitzel mit Pommes und das? Ja. Okay. Und Pato, Musik ist deine Musik? Ja, ich kümmere für die Musik. Ja, okay. Und was noch? Was? Und ich mache die Fotoalbum. Ja, Maite, das Geschenk. Perfekt. Und Alvaro, Alvaro die Fotos. Ja. Okay, ja. Perfekt. Okay, das ist perfekt. Okay, das ist alles. Ja, ich denke, das ist alles. Okay. Okay. Perfekt. So, wir sehen uns morgen. Ja. Ich glaube, dass ich muss gehen. Ja. Tschüss. Ja, okay. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.